Setz dich auf die Matte. Deine Füße sind vor dir auf den Fersen aufgestellt. Deine Unterschenkel und Oberschenkel bilden einen 90-Grad-Winkel. Lehne deinen Oberkörper leicht zurück. Dein Bauchnabel und deine Brust ziehen nach oben, sodass du den Rücken streckst. Dein Kopf ist in Verlängerung von deinem geraden Rücken. Der Golfschläger liegt in deinen Ellenbeugen und wird locker von deinen Händen gehalten. Der Golfschläger ist auf Höhe deiner Brust und parallel zum Oberkörper. Rotiere nun deinen Oberkörper von links nach rechts. Dein Oberkörper bleibt in der Ausgangsposition und rotiert nur nach links und nach rechts. Rotiere den Oberkörper nur so weit, wie du den Golfschläger parallel zum Oberkörper halten kannst. Dein Blick folgt dem Schläger.